Servus Leute, was geht? Mein Name ist Tobi, herzlich willkommen zu dieser ersten Let's Play Reihe von The Island. Freunde, ihr könnt euch wahrscheinlich schon ein bisschen was darunter vorstellen. Ich habe mir ein Seed rausgesucht in Minecraft, wo eine verlassene Insel, beziehungsweise einfach eine Insel, mitten auf dem Meer hängt und dort werden wir praktisch ums Überleben kämpfen. Und ich würde sagen, wir faseln gar nicht lang drum rum. Wir betreten direkt mal die Insel und würde sagen, fangen wir direkt mal an. Also wir sind jetzt hier, wie gesagt, ich kann euch die Insel mal ganz kurz zeigen. Ist jetzt nichts besonderes, wir haben hier hinten ein paar Tintenfische, die sind ganz entzückend. Und ansonsten, aua, sollten wir hier nicht so viel Essen jetzt erstmal verlieren, weil ich sehe hier auf der Insel, als ich den Seed eingegeben habe, habe ich ja auch gecheckt, ob es der richtige ist. Ähm, und ich habe hier bisher noch keine Tiere gefunden. Also das wird wahrscheinlich daraus hinauslaufen, dass wir uns jetzt erstmal hier unten das Zuckerrohr abfarmen werden. Aber mit Zuckerrohr kommen natürlich am Anfang noch nicht wirklich viele anfangen. Deswegen tendiere ich schon fast dazu, dass wir unsere Hauptnahrungsquelle durch Fische bekommen. Aber um, oh Gott, ist der Sound extrem laut. Muss ich mal kurz runter machen. Äh, ja, 15%. Ich muss mal kurz den OBS checken, ob das funktioniert. Richtig, richtig gut organisiert auf jeden Fall schon mal. So, aber ich denke, das dürfte jetzt erstmal, ja, ich denke, der Sound dürfte jetzt erstmal so passen. Und, ja, also wie gesagt, ich habe hier noch keine Tiere gesehen. Wir müssen uns wahrscheinlich unser, unser Zeug, äh, erfischen. Und, ja, wir fangen jetzt auf jeden Fall erstmal an. Vielleicht bauen wir in der ersten Folge jetzt erstmal so einen kleinen Grundriss vom Haus, so wie wir, wie wir überhaupt leben wollen. Weil, ähm, ja, wir werden uns später auch, äh, in den nächsten Parts, äh, eine Anlegestelle bauen, wo wir dann mit dem Boot, äh, irgendwelche, irgendwelche Höhlen erkunden. Und vielleicht finden wir auch irgendwelche Schatzkarten, mal gucken. Ähm, ja. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so ein Format, äh, öfter sehen möchtet. Oder halt eben nicht. Aber ich denke mal schon, weil so ein Überlebens, so ein Überlebens-Let's Play ist eigentlich immer ganz, was ganz Feines. Deswegen mache ich das natürlich aus. Was haben wir da hinten? Äh? Also liegt das jetzt, liegt das jetzt am Texture Pack? Oder woran liegt das, dass ich jetzt hier verschiedenfarbige, äh, Tintenfische hab? Naja, ist ja auch jetzt nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Wir brauchen jetzt hier erstmal einen kleinen Crafting Table. Ich hab Minecraft schon wieder komplett verlernt. Ich hab keine Ahnung mehr, wie das Spiel so wirklich funktioniert. Ich hab jetzt lange nicht mehr gezockt. Aber wie gesagt, wenn ihr, ähm, Gründe wissen wollt, warum es jetzt mit dem letzten Kanal nicht mehr geklappt hat, lasst auf jeden Fall erstmal ein Like und ein Abo da an die Leute, die jetzt neu hier auf dem Channel sind. Würde mich auf jeden Fall freuen und, ja, dann besprechen wir das einfach in einem anderen Video. Ist ja gar kein Problem. So, wir machen uns jetzt erstmal hier eine Spitzhacke. Mit der Spitzhacke können wir ganz, ganz, ganz viel Stein farmen. Ähm, ich lass die Workbench da jetzt einfach mal stehen und jetzt erstmal schauen, wo wir hier an Stein rankommen. Ich möchte mich jetzt hier nicht random einfach irgendwo reinbuddeln, weil wir möchten ja natürlich auf dieser Insel leben und ich möchte jetzt hier nicht so eine halbe, halbe Griefer Games Farmwelt jetzt hier aus dem Let's Play machen. Deswegen, ja, spielen wir hier auf normale Art und Weise Minecraft. Jetzt brauche ich hier erstmal, jetzt brauchen wir immer noch Stein. Ich habe hier nur Sand, ich habe, ich habe, äh, Gras, ich habe Holz und ich habe, äh, Werkbank mit, äh, mit einer Spitzhacke. Aber so wirklich Stein finde ich jetzt hier nicht. Ich will mich jetzt hier echt ungern reinbuddeln. Aber wenn es wirklich keinen anderen Weg gibt, meine Damen und Herren, dann müssen wir das wahrscheinlich machen. Gut, äh, die Stelle bietet sich schon mal an, deswegen buddeln wir uns da jetzt erstmal rein. Ich hoffe, dass es jetzt erstmal von der Lautstärke her passt, weil sonst darf ich das ganze Let's Play nämlich nochmal machen. Aber ich hoffe, dass, ich hoffe, dass dürfte passen. So. Erstmal ein bisschen Stein farben, ist ganz viel. Höre ich da Lava? Höre ich da direkt schon Lava-See? In der, in der Insel? Mitten, mitten auf dem Meer? Ein Lava-See? Direkt, direkt runter? Jetzt direkt rechts von uns? Oder links von uns? Das kann eigentlich nicht sein, Leute. Das darf eigentlich nicht sein. So, ich habe jetzt hier erstmal, äh, 49, 49 Steine gesammelt. Meine Spitzhacke ist auch schon komplett am, ähm, 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 und dann gehen wir jetzt wieder zur Crafting, Crafting Bench und machen uns erstmal einen Ofen. Jetzt bin ich gerade noch am überlegen, weil ich möchte jetzt hier auch nicht, äh, wie gesagt, die Insel komplett zum, zum Farben benutzen von irgendwelchen Rohstoffen. Sondern ich möchte mir hier eigentlich, ja, so ein kleines Inselleben aufbauen. Aber, als, in erster Linie geht es halt erstmal darum, dass wir halt hier überleben. Jetzt habe ich schon hier das erste Problem, jetzt finde ich schon wieder mein Crafting Table nicht. Das ist jetzt natürlich wieder so ein Fall für sich. Und ich habe nur noch zwei Hungerkeulen, da ist er. So, jetzt machen wir uns hier erstmal einen Ofen. So, klatschen den am besten daneben dran. Ähm, ich werde jetzt, ne, okay, ich habe ja nur nichts zum Schmelzen, aber wir können uns natürlich erstmal noch in die Kiste machen, wo wir dann unnötiges Zeug ablegen können, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Wir haben zwar eh nur nicht so wirklich viel im Inventar, aber das dürfte passen. So, hier, meine ganzen Dreck können wir ablegen. Die Sticks brauche ich auch gerade nicht, wobei, hm, naja, es ist ja nun nicht dunkel. Wie sieht es denn gerade aus? Wie, wie, wie viel Uhr haben wir es gerade? Sinkt die Sonne? Ja, die Sonne sinkt. Das heißt, es dauert nicht mehr lang, bis es Nacht wird. Und dann passt es. Ich sammle jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Holz, dass das hier auch alles passt. So, ich bin gerade, ich bin gerade noch so, so ein bisschen am, so ein bisschen am Überlegen und am Planen, was ich jetzt, was ich jetzt genau mache, weil ich jetzt auch schon ein bisschen, ein bisschen überfordert bin mit der ganzen... Da ist ein Pick, da ist ein Pick. Haben wir noch ein zweites Pick? Haben wir noch ein zweites Pick? Du, bleibst auf jeden Fall hier. Kannst du deine 360 ziehen? Wir brauchen noch ein zweites Pick. Also, als ich vorhin die Insel erkundet habe, Leute, habe ich keine Tiere gesehen. Vielleicht spawnen die ab und zu hier drauf, ich weiß es nicht. Aber wäre auf jeden Fall ganz cool. Da hinten haben wir Gravel, da können wir uns einen Feuerstein machen für ein Feuerzeug, aber ein Feuerzeug finde ich jetzt auch nicht so wirklich relevant. So, ich mache mir, ich weiß nicht, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier erstmal die obere Fläche von dem Berg erstmal ab. Dass wir hier erstmal eine etwas größere Fläche haben, um hier bauen zu können. Weil sonst muss ich das nämlich ein bisschen an den Berg anpassen. Und das wird wahrscheinlich etwas länger dauern, deswegen, ja, lassen wir das erstmal. So, machen wir erstmal den Berg oben gerade. So, noch drei Blöcke, da haben wir es geschafft. Hätte mir auch direkt eine Schaufel machen können, aber Tobi denkt nicht so weit. Das ist halt, das ist halt von Natur aus so. Äh, ich habe jetzt hier, genau, ich werde mir jetzt wahrscheinlich, mhm, ich werde mir doch, ich werde mir jetzt erstmal die Steine braten. Dann bekommen wir ja diese, diese, diese normalen Clean Stones raus. Also diesen normalen Stein, nicht mehr diesen Coppellstone. Und aus diesen Clean Stones können wir dann uns praktisch hier in diesem Viererfeld, in dem Crafting Table Bench, ein Stein, Steinziegel herstellen. Und ich finde, der sieht eigentlich relativ geil aus, was, was so zum Hausbau angeht. Und ich finde, da ist jetzt auch nicht, äh, nicht viel mit verbunden, um so einen Stein herzustellen. Man muss sich einfach nur die Dinger braten und gut ist. Also ich sammle jetzt erstmal mehr Holz, dass ich mehr Kohle hab. Ich werde mir wahrscheinlich auch im Verlauf der Zeit Holzkohle herstellen, mit diesen, ähm, ja, wenn man halt, wunden Planks, also diese Bretter, die man hier rausbekommt, unten in den Ofen reinpackt und oben die Loks, dann bekommt man hier Holzkohle raus. Für die, die es noch nicht wissen, aber ich denke, Minecraft ist schon so alt, das kennt bestimmt jeder. Aber es gibt immer ein paar neue Dinge, die sich Minecraft erst neu anschaffen. Und deswegen kann man das immer mal sagen. So, ich werde mir hier auch wahrscheinlich ein paar Seeds mitnehmen. Ähm, Gras hat es hier auf der, auf der Insel auch nicht. Wirklich so viel. Also, ja, so wirklich mit Seeds haben wir hier wahrscheinlich auch Probleme, aber das vermehrt sich ja eh. Aber ich möchte halt immer am Anfang mehr anpflanzen, weil wenn ich ein Getreide habe, aus einem Getreide, kann ich mir am Anfang nichts herstellen. Das bringt es erstmal nicht. Hier unten haben wir noch einen halb gefällten Baum, sowas gefällt mir gar nicht. Das wird direkt mal bereinigt. Vor allem, weil wir Holz eh brauchen, dann nehmen wir das Ganze direkt mal mit. So, jetzt mal kurz auf die Zeit achten, ist alles noch im grünen Bereich. So, ich hätte mir auch mal direkt eine Axt herstellen können, aus dem ganzen Stadt. Stein, aber naja, ihr kennt mich ja. Ihr kennt mich ja. Ähm, Bäume werde ich wahrscheinlich instant direkt nachpflanzen. Und hier haben wir auch schon einen Apfel, den werde ich mir direkt mal reinhauen. Und werde jetzt auf jeden Fall auch nicht mehr sprinten, weil die Größe der Insel ist eh so klein, da lohnt es sich eigentlich nicht zu sprinten. Man ist eh schon so schnell wie möglich an jedem Spot der Insel, deswegen passt es. Ich werde mir wahrscheinlich jetzt auch noch ein Minensystem im späteren Verlauf noch aneignen. Aber wie gesagt, Leute, das klärt sich alles im Laufe der Zeit. Und jetzt wird es auch schon dunkel, jetzt werde ich mir wahrscheinlich gleich ein Schwert machen, beziehungsweise werde ich das jetzt instant machen. Um mich auch ein bisschen verteidigen zu können. Ich brauche hier erstmal zwei Steine. Halt, falsch. Ich brauche nur, ich brauche nur ein Stick. So, dann mache ich mir hier direkt noch ein paar Bräder draus, noch ein paar Sticks. Und dann kann ich mir auch direkt schon Steinequipment machen. Ich fälle hier auf jeden Fall schon direkt rein. Ich weiß, was ich so, was ich so jetzt gerade hier im ersten Let's Play vorhabe, aber ich fälle halt trotzdem rein. So, das packen wir uns da hin, dann passt es. So, hier haben wir noch einen Apfel, den erstmal auch genüsslich. Und jetzt warten wir erstmal auf das erste Mob, was hier auf der Insel spawnen wird. Ich hoffe, das ist eine Spinne, weil dann haben wir am meisten Glück. Uh, da haben wir einen Creeper, der gefällt mir schon gar nicht. Der gefällt mir überhaupt nicht. Das ist so das dreckigste Mob in dem ganzen Game. Das macht ja einfach alles kaputt und irgendeinen Sinn hat es einfach nicht. So, wir könnten es zum Baumfällen benutzen. Ist er gestorben? Ja man, er ist gestorben. TXP gönnen wir uns auch mal kurz. Wahrscheinlich bekommen wir noch Gunpowder raus. Ja, habe ich ja gesagt. Und da haben wir noch eins. Das haben wir auch. Haben wir vielleicht Clay? Gott, ich sehe hier gar nichts mit dem Shader. Das ist halt wie im Ozean. Man sieht halt einfach null. Aber mir wäre es jetzt echt noch wichtig, wenn wir uns jetzt noch kurz irgendwie eine Angel machen könnten. Wenn wir uns irgendwie noch Spinnen finden könnten. Das wäre echt nicht schlecht. Ein Skeleton habe ich gerade gehört. Hier unten haben wir es. So, wir haben jetzt leider keinen Bogen getroppt. Wäre ganz chillig gewesen jetzt noch auf Partende. So, hier haben wir noch mal ein Skeleton. So. Ja, mehr haben wir jetzt hier eigentlich auf der Insel. Ist auch nicht wirklich. Ja, ist ein bisschen beschämend. Aber ich hätte gesagt, wir warten mal einfach auf den nächsten Tag. Und damit beende ich jetzt auch das Let's Play für heute. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, falls ihr mehr davon sehen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Tag. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüssi.